Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Borderlands 2. Mit dabei der Schnörre und der Fuber. Ja, doch schön, ne? Und der andere, unsichtbare. So, wir wollen bisschen Bulli-Mongar. Den Badass. Der ist aber alleine, glaube ich diesmal. Noch, die kommen danach. Was meinste? Mit Sicherheit, mit tödlicher Sicherheit. Soll ich denn anschießen, dann kommt der zu uns. Ja, mach. Siehst du? Oh. Oh. Jetzt muss ich ihn töten. Sonst bin ich tot. So eine Herausforderung im Radass. Du hast ihn getötet. Hihihi. Wiederbelebst du mich gerade? Weiß auf die Zähne! Teufel auf! Ja, ja. Ach, das ist Mexikaner. Keine große. Du hast ihn direkt getötet. Habe ich. Du musst den Bulli-Mong mit einem Nahkampfangriff töten, um sein Fell zu bekommen. Klar, du könntest auch eine Toten-Bullf-Mobbe. Oh! Oh, der trifft mich. Oh! 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 Oh, ich versteh' die Frage. Was ist denn los mit dir? Wieso?! Ich frag mich grad, ob ich einen Tick schneller bin als du. Ja, ich bin ja eigentlich schwerer. Was liegt denn hier? Braunes Zeug. Kacke. Das ist... Da wollen wir nicht hin. Diasberg. Hä, verteidige Claptrap. Achso. Was ist denn? Kumpana. Trillionen Dank, Kammerjäger. Dank dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus, als er es eigentlich verdient. Es gibt eine Anpassung, habe ich hier. Als Belohnung. Ach, da ist die Sniper. Ich glaube, die ist nicht gut. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimon reitet? Nein. Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und versiege Mitch morgen für mich. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch weiter mit dir zu sprechen. Wir können auch noch die Schildquests irgendwie jetzt einlösen. Wie tauscht man die Quests nochmal? Äh, wenn ne I und dann... So, was haben wir dafür gekriegt? Nichts? Nichts? Keine Ahnung. Toll. Jetzt machen wir erstmal verteidige Claptrap, oder? Jo. So. Lalalalalalalalalalalalala. Ach, ich habe ihn oben. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt! Du bist mein Millions der Kunde! Ich meine, du, du, du bist du. Ich verkaufe Waffen. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Sei vorsichtig damit! Ja, ich muss manchmal entscheiden, was ich hier hinweghaue. So. Stimmt, dann kann man ja mal die ganze Scheiße, die man dann noch findet, nicht aufnehmen. Doch, ich weiß nicht, ob ich die Lücke fände. Ja, ich konnte eben keine Waffen mehr aufnehmen. Aber Rückkauf? Ach, die hatte ich. Pistolen hatte ich schon. So. Ich habe hier tausend Waffen drin gehabt. Herausforderung gemeistert. So. Vielleicht erstmal. Oh, Herausforderung abgeschlossen. Toll. Welche Herausforderung? Ich weiß nicht, Bad-Ass-Wrong 1 habe ich immer gehabt. Ich glaube, das gibt auch noch mal extra, äh... Raumspunkte. Wo ist er denn jetzt hin? Der steht doch. Unten steht da. Der ist doch schon weiter gefahren. Der ist schon kaputt. Ach so. Wir müssen jetzt wieder heil her. Also wir müssen wieder heil her. Ich denke, der Schicht ist selber kaputt. Wie wäre es, blieb es nur eine gewisse Zeit. Oh, mein Schatterspekt. Keine starke Waffe bis jetzt. Ich möchte etwas Heilung. Ich zermattere mich im Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirnen nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wärs mit Aschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich denk noch etwas drüber nach. Aber nach oben schießt er sich jetzt nicht, glaube ich. Doch. Jetzt! Ich nicht fack dir. Ich wollte den besser an. Da oben ist noch einer. Da sind noch welche. Oh. Viel mehr. Das Schild ist weg. Das Schild ist weg. Ne. Hier. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Oh, jetzt macht er hier das Tor auf. Siehste, dann wären wir hier nämlich besser durchgekommen. Was? Äh, ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur muss es eben ausruhen. Äh, weißt du was? Was? Ach, du wirst zwar anders drin. Aschgaul! Wollte ich grad fahren, ob die Granate ist nicht? Ja, braves Mädchen. Oh, sag Hallo! Aschgaul sagt Hallo! Hier ist Hylum drin. Oh, nein. Äh, Arena kam. Das ist das Problem! Äh, ich... Oh nein! Ich hab keine Muni mehr. Ich wollte auch grad nochmal wechseln. Zündet die Lotte, ihr Hunde! Boom! And his brother! Jetzt kannst du rassen! Ah, ich bin doch hier oben. Das ist offensichtlich. Du hast das sehr gut. Hey, wie tausche ich den jetzt? Die kann ich nicht nehmen. Na toll! Noch 7 AP. Na toll! So, was sag' ich... Scheiße! Bist du auch tot? Ja, was sag' ich... Nee, ich werd immer wieder zurückgeschlagen, ne? Na, durch diese scheiß Granatwerfer, ne? Jo. Jo, ich bin schon wieder fast. Aber zurückkommt man ja nicht, ne? Naja. Aber der erste ist gleich dauernd. Ach, der ist ja an dem, der schützt ja eh. Hey, wo kommt Elm her? Der wirft ja immer die Waffe senkt, was ist denn das? Ich will das nicht. Alter, ich seh den noch nicht. Hinter dir kommt einer. Wir müssen... Da oben! Ach du, der ist hier drin! Ach du Scheiße! Ich gebärter! Hehehe! Bruder, ist aber fast tot. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Bruder, ist er kaputt. Äh nein, er läuft jetzt hier unten rum. Achso. Und er kann, äh... Jump! Aufstehen. Oh, Fernando, wach doch verdammte Scheiße! Ja, der ist ja wieder voll aufgeladen. Der wirft Granaten. Ich hab keine Muni mehr. Ich wollt' ihn nicht. Höhe! Ich nehm mal die Viecher, die... Mit deinem Blut noch. Wie wirft man jetzt Granaten? Oh nein! Wir sind durch Dau. Ist doch... Ich denke, die kriegen wir wieder hin! Ich hoffe, er ruft keine Kranate. Fuck, er reicht. Wie wirft man gerade an? Wie geht die denn? Ja! So, hab ich da was? Ja, ja. Und wo kommt denn noch einer? Hallo, kannst du mir mal helfen? Nein. Natürlich nicht. Danke. Immer muss man dir helfen, ey. So schwer hab ich das gar nicht in Erinnerung, ey. Hier liegt noch... Oh, ja. Ah, okay. Deswegen, weil ich jetzt auch volles Inventar habe, kann ich auch keine Waffen mehr mitnehmen. Kann man die auch wegwerfen und wie? Na, wenn du austauscht, dürfte die automatisch dann mit die aktuelle. Oder so, ja. Hier sind auch noch einen Haufen Grüne. Bei Zeichen geile. Und 20 ist natürlich noch besser. Was hab ich denn jetzt hier? Ist auch schlechter. Achso, du hast da noch mehr Waffen? Ja, hier ist ein Schrank. Achso. Los, wir gehen ab! So, lass mal das scheiß... ...austauschen hier eigentlich. Die sieht ja kacke. Ja, es sieht auch dieser wesentlich besser. Hier entlang! Verflixt und zugenähtes versperrte Tor! Oh! Idee! Untertan! An die Kanone! Schieß das Tor kaputt! Was schießt das Tor kaputt? Aber auch eher ist, wenn ich aus dem Weg bin! Verstanden? Wenn du das Tor jetzt kaputt schießt, könnte ich ernsthaft beschädigt werden! Also lass es! Wo sollen wir denn das Tor kaputt schießen? Ich bin nur hier jetzt, um dir den Bereich zu zeigen! Hol' Such! Kommt! Scheiße, ich hätte jetzt rumbleiben sollen! Dann fall' euch mal drauf hier! Ich hab' euch auf die Ge suis! Ich hab' euch da ans Finans! Dann fliegt isso! Ich habe euch самое zu tun! Läuft. So, ich glaub das war's. Wir könnten jetzt irgendwie auch wieder ein Päuschen umhaken. Meinst du? Wir haben äh 15 Minuten rum. Liebend, was ist denn das? Wieder eine grüne Nummer. So. So. Ich hab schon wieder einen Skillpunkt, ist er? Ich auch glaub ich, ja. Na gut, lass uns den Päuschen machen. So. Lass erst den Skillpunkt noch vergehen. Na gut. Magazingröße. Einschlag. Schlusswaffenschaden höher. Achso, ich kann ja hier noch nach rechts gehen, ne? Ah. Gesundheit oder Schild. Wenn du dich wahrnimmst, erhöht sich ein paar Sekunden lang deine Bewegungsgeschwindigkeit und dann dann nachladen. Hm. Ich glaub dann nehm ich mehr Damage, oder? Ich hab jetzt mehr Gesundheit genommen. Chancen auf kostenlose Munition. Auch nicht schlecht. Ey dicker, mach hin das. Zwerg. Das nehm ich. Also in plus 10%. Naja. Spitze bedanke mich. Spitze bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.